Hey meine Grünwölfe! Herzlich Willkommen zu einem Vlog von mir. Ich bin, wie ihr seht, im Modell angekommen. Ja. Und hier haben wir die... Ja. Also, Home-Tour. Hier haben wir eine wunderschöne Küche. Ja. Hups. So. Das ist ja nicht. Im Spiegel. Einfach so ein bisschen schön. Eine riesige Dusche. Ja. Dann wieder ab. Hier haben wir einen Balkon. Den öffnen wir mal. Ja. Da haben wir dann meinen Mac. Der hört gerade Musik. Kann ich halt jetzt nicht anmachen wegen Copyright. So. Ja. Gut, ein Wölf. Das ist mein Hotelzimmer. So, ja, das ist mir jetzt in meiner neuen Tasche, die ich auch in München gekauft habe, in einer Kaffeetasche, und dann mein Macbook raus, so, mein iPad, so, 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 Vielen Dank.